Professionelle, hygienische und umweltschonende Trockendampftechnik für Industrie, Gewerbe, Kommunen und andere Reinigungsaufgaben von Hegener. Ja, Vorteil bei diesem Reinigungsverfahren ist, dass wir ohne den Einsatz von Chemie auskommen. Das Ganze ist ein sehr hygienisches Reinigungsverfahren, weil durch den 180 Grad heißen Dampf werden zuverlässig Keime, Pilze, Bakterien abgetötet. Das macht dieses Verfahren auch interessant für die Anwendung in Küchen und ähnlichen Bereichen.